Hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour. Schön, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Wir machen heute einen Wunschcocktail, wir machen heute einen Pink Twin. Dafür brauchen wir 2cl Cranberry Sirup, 10cl Orangensaft und 10cl Bitterlemon. Wir nehmen ein Cocktailglas und geben den Cranberry Sirup und den Orangensaft hinein. Nun geben wir Eiswürf hinein und rühren um. Anschließend füllen wir mit Bitterlemon auf. Strohhalm rein und fertig ist er, der Pink Twin. Der Cocktail schmeckt fruchtig und leicht bitter. So, das war mal wieder ein Wunschcocktail. Nächste Woche geht es weiter mit dem Buchstaben Y beim Cocktailalphabet. Kennt ihr Cocktails, die mit Y beginnen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.